Die hierzu erwerbende neue 13er Erdgeschosswohnung befindet sich in Pforzheim-Südweststadt. Das 2009 erbaute Wohnhaus wurde 2014 saniert. Die Wohnung befindet sich in der ersten Etage und wird über eine Gaszentral heizt und beheizt. Die Immobilie wurde stufenlos zugänglich gebaut. Das Objekt verfügt über einen Balkon, zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer, einen Keller sowie einen Außenparkplatz. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Die Erdgeschosswohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 76 Quadratmetern. Der Kaufpreis der Wohnung beläuft sich auf 172.500 Euro. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet.